Wir demonstrieren hier einmal, wie man die EK84-Tastatur mit einem Android-basierenden Telefon benutzen kann. Als erstes muss der USB-Ausgang der Tastatur per Adapter auf USB-C geändert werden. Dann steckt man die Tastatur ins Handy. Wir haben hier schon eine Taste vorprogrammiert. Wenn man jetzt hier zum Beispiel in Google Notizen geht und ich dann hier eine Taste drücke mit Programmierung, dann wird der Text, der programmiert ist, sofort geschrieben. In diesem Fall, diese Tastatur funktioniert auch auf einem Android-Handy. Sie muss allerdings vorher an einem Windows-PC programmiert werden. Das geht natürlich in allen Programmen, zum Beispiel auch, was haben wir hier noch? Im Browser kann man zum Beispiel eine Internetseite sich vorprogrammieren und dann einfach blitzschnell eingeben. Öffnet sich dann gleich. Oder, was man auch noch machen kann, ist in Google Docs schreiben. Auch wieder das Gleiche. Man drückt die Taste. Der Text wird sofort geschrieben. Man hat auch noch innerhalb von Android Einstellungsmöglichkeiten für die Tastatur, die im Android-Betriebssystem automatisch mit dabei sind. Das geht ja auch. Der Text wird sofort gemacht. 5-View oder iPhone einstellungsmöglichkeiten für die Tastatur, die im Android-Betriebssystem unter den Start- und die im Android-Betriebssysteme Wenn wir so ein bisschen nachher drücken, dann geht es jetzt um eine Probe. Dann würde dasccitakah Paris.